Herzlich Willkommen bei 4D Vermögensplanung. Mein Name ist Thomas Hupp und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen Schaden der Versicherung melden können und das ganz einfach, schnell und sicher mit der Finance App. Und dazu schalten wir um auf meinen Computer. Sie starten Ihren Browser und geben in das Browserfenster ein www.4d-vermögensplanung.de Das Ö wie immer OE geschrieben und Sie gelangen zur Startseite von 4D Vermögensplanung. Auf der oberen Seite der Startseite befindet sich eine Menüleiste, auf der Sie mit Ihrer Maus entlangfahren können und gelb gefärbt sind die Punkte, die Sie gerade auswählen können. Und bei Service, da sind Sie richtig. Wenn Sie auf Service fahren mit Ihrer Maus, öffnet sich die Möglichkeit, verschiedene Auswahlpunkte zu wählen und Sie wählen hier den ersten Punkt, die Finance App. Dann öffnet sich ein Fenster mit dem Zugangsfenster als Bild. Wenn Sie da draufklicken, kommen Sie automatisch zur Einlogmaske, zur Eingabemaske und hier geben Sie entweder Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Nutzerkennung bzw. Ihre Kunden-ID ein und Ihr persönliches Passwort. Das haben Sie im Vorfeld natürlich eingerichtet oder von mir erhalten. Es eröffnet sich Ihre persönliche Finance Cloud mit einem Überblick und wenn Sie die linke Menüführung sehen, dann gibt es den Punkt Versicherungen. Wenn Sie dort den Punkt Versicherungen anwählen, erscheinen verschiedene Fenster mit Sparten. Sie wählen die richtige Sparte aus, entsprechend der Versicherung, bei der Sie einen Schaden einreichen wollen. Wenn Sie sich hier nicht sicher sind, dann rufen Sie mich an oder schreiben mir eine Mail, damit ich Ihnen sage, welche Versicherung hier zuständig ist. Dann drücken Sie auf Details und es öffnen sich alle Versicherungen, die zu dieser Kategorie gehören. Mit einem Klick auf die Versicherung öffnet sich die Versicherung mit noch mehr Informationen zur entsprechenden Versicherung. Sie sehen hier einen Button Schaden melden. Hier können Sie die Schadensmeldung erfassen, indem Sie auf diesen Button klicken und es eröffnet sich jetzt ein Feld und hier können Sie alle wichtigen, relevanten Daten eingeben. Auch hier, wenn Sie Fragen haben, sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie mich, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Nachricht, dann kann ich Ihnen hier behilflich sein. Aber eigentlich ist ganz logisch, wichtig für die Versicherung ist zu wissen, an welchem Datum ist der Schaden passiert und zu einer welchen Uhrzeit genau. Eventuell können Sie das, wenn Sie gleich Fotos vom Schaden gemacht haben, auch den Fotos entnehmen, sonst müssen Sie es einfach merken und wissen, wann der Schaden passiert ist und natürlich den Ort eintragen mit genauer Adresse. Dann klicken Sie auf Weiter. Der Schadensverlauf sollte so einfach und exakt wie möglich beschrieben werden. Falls es beteiligte Personen gibt, können Sie auch diese hier beifügen und im nächsten Punkt können Sie Dokumente und Fotos hochladen. Wichtig sind gute Fotos, die den Schaden dokumentieren und natürlich Dokumente wie zum Beispiel Kostenvoranschlag einer Reparatur oder andere Dokumente, die zum Schaden gehören. Das ist sehr wichtig, denn vor allem, wenn Sie der Versicherung nicht sagen, welchen Betrag sie zahlen soll, dann werden Sie die Akte einfach liegen lassen, nicht beantworten und Ihnen höchstens schreiben, ja, was kostet denn das Ganze und wer soll das Geld kriegen. Wenn Sie auf Weiter klicken, kommen Sie zur Zusammenfassung. Hier werden alle Angaben nochmal zu Ihrer Kontrolle wiederholt. Sie können den Schadensfall auf diese Weise sicher und schnell an mich schicken. Ich bekomme das auf meinen Schreibtisch, sehe mir die Dokumente alle durch und melde mich gegebenenfalls, wenn es Rückfragen gibt, wenn ich schon weiß, na, die Versicherung will das und das auch noch wissen und kann Ihnen hier noch Hilfestellung geben. Und wenn alles in Ordnung ist, schicke ich das direkt über die App an die Versicherung weiter und die wird es dann bearbeiten. So einfach und schnell gehen Schadensmeldungen mit der Finance-App, übrigens auch mit über das Smartphone oder über Ihr Tablet, nämlich falls Fotos und so weiter auf Ihrem Smartphone sind, können Sie sich über die Finance-App Ihres Smartphones einloggen und ebenfalls hier den Schaden melden. Das war es schon. So einfach geht es. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie keine Schaden melden müssen.